ja schönen guten abend liebe heli freunde ich bin's mal wieder euer heli ernst und ich heiße herzlichst willkommen zu einem neuen wit und zwar diesmal über die 3sx einheit in verbindung mit der dx8 und zwar geht es darum wie programmiere ich die einzelnen flugmodi oder auch betriebsmodi der 3sx einheit mit der dx8 ja die 3sx einheit die hat ja verschiedene flugmodi nämlich man kann drei verschiedene flugmodi nutzen da wäre erstmal der ganz normale ragged mode da verhält sich der heli also wie ein ganz normaler paddelloser heli mit ragged kopf wie zum beispiel mit 3 mit der 3x einheit oder mit dem microbeast etc 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 dann gibt es zweitens den horizontal mode da stabilisiert sich der heli wenn man die steuerknüppel für nick und wohl loslässt und da verhält sich der heli dann eher wie ein kurx heli oder wie zum beispiel mein flame wheel wie ein quadro copter also die horizontale lage wird automatisch gehalten pitch muss gesteuert werden und dann gibt es drittens einmal den rettungs mode den berühmten rettungs mode der ja für viele interessant ist die die 3gx die die 3sx einheit haben da geht der heli in die horizontale und es wird zusätzlich eine pitch aktion ausgeführt also der heli wird in den himmel geschossen und alle diese drei betriebsmodi oder auch flugmodi ihr könnt nennen wie ihr wollt werden über den kopf kreiselkanal gesteuert und zwar hat der kopf kreiselkanal positive werte dann befindet sich der heli im horizontal mode in der horizontal stabilisierung hat der kopf kreiselkanal einen null wert dann befindet sich der heli im ragged flugbetrieb und hat der kopf kreiselkanal einen negativen wert bewährten die man empfiehlt da minus 100 einen minus 100 wert dann befindet sich die 3sx einheit im rettungs mode ja wie bekommen wir nun diese modi alle zusammen auf unsere dx 8 programmiert man könnte jetzt ja sagen okay überhaupt kein problem lege ich mir die modi auf einen dreipoligen schalter da habe ich einmal einen negativen wert dann habe ich vielleicht da oben einen positiven wird und in der mitte habe ich einen null wert und die sache ist gegessen und das thema ist durch ja könnte man natürlich so machen das würde auch funktionieren aber bavarian demon empfiehlt und ich empfehle es auch zwingendlich dass man den rettungsmod auf einen taster legt und zwar das ist ein taster oder eben auf einen schalter mit tastfunktion die dx 8 die hat leider keinen schalter mit tastfunktion hier gibt es eben nur diesen dummerweise blöd angebrachten an einer völlig falschen position angebrachten taster also man sollte für die rettungsfunktion unbedingt einen separaten taster nehmen ja und schon haben wir ein problem wie machen wir das jetzt dass wir einen schalter und einen taster auf einen kanal legen in meinem fall ist es der kanal 7 wie kriegen wir das an der dx 8 zusammen und das werde ich euch in diesem wird jetzt zeigen so noch eine kleine bemerkung für schäden an sachen und personen die durch nachahmung dieses videos und speziell dieses videos entstehen und natürlich auch meiner anderen videos im netz kann ich keine haftung übernehmen jeder ist selbst für seinen kram verantwortlich den er verzapft und als erstes werde ich euch jetzt mal zeigen wie das endergebnis dann aussieht von der ganzen programmierung ja meine lieben jetzt sehen wir uns mal das endergebnis an und ihr müsst das blaue bild entschuldigen dass ihr gerade seht denn ich musste mich mal wieder zwischen dem weiß abgleich zimmer oder monitor entscheiden und ich habe mich für den weiß abgleich des zimmers entschieden aber das ist egal okay es geht um diesen kanal hier um den horizontal kanal der das ja der kopf kreisel kanal ist oder vielmehr der mit dem kopf kreisel kanal verbunden ist wir sehen im augenblick dass der reggae stabilisierungs modus eingeschaltet ist das kann man hier auch an dieser diode sehen und ich habe das eben auf diesen schalter gepackt schalter ganz nach oben ist der reggae betrieb schalter in die mitte dann habe ich 80 prozent im horizontal modus und schalter ganz nach unten dann habe ich 90 prozent im horizontal modus diese 90 prozent und diese 80 prozent die kann ich mir ganz wunderbar bequem im sender einstellen und das einstellen was ich brauche okay und ich kann von jedem modi aus jetzt vom horizontal modus aus drücke ich jetzt den trainer taster und blob bin ich in der horizontal stabilisierung und in der pitch aktion das könnt ihr hier auch sehen alle leuchten sind an und lasse ich den taster wieder los dann bin ich wieder im horizontal modus und das gleiche funktioniert auch wenn ich im reggae modus bin wenn ich vom reggae modus aus den rettungsschalter betätige auch dann bin ich im rettungs modus also horizontal stabilisierung und pitch aktion und wenn ich ihn wieder los lasse dann befinde ich wieder befinde ich mich wieder im reggae modus ja so weit so gut aber wie habe ich das gemacht aber vorher noch eine kleine bemerkung vielleicht ist dem einen oder anderen betrachter ja aufgefallen wenn ich im rettungs modus befinde mich befinde ich zeig's noch mal taster drücken klick rettungs modus dann seht ihr dass der wert auf minus 125 ist fragen sich sicher einige minus 125 geht das denn überhaupt ja meine lieben das geht denn bewerben die man sagt alle werte die größer minus 100 sind werden intern in der 3x einhalt als minus 100 interpretiert also ich will damit sagen minus 125 wird intern in der 3x einhalt als minus 100 interpretiert und die welt ist in ordnung okay jetzt aber zur programmierung wie habe ich das programmieren also erstmal geht es darum dass man überhaupt den horizontal mode und den reggae modus auf den kanal 7 oder auf den horizontal kreisel kanal packen kann und sich irgendwelche vernünftigen werte einstellen kann das habe ich sehr merkwürdig sicherlich für einige gelöst ich habe nämlich dafür die zeige ich euch gleich oder den drehzahl regler benutzt da seht ihr ihn die drehzahl regelung und diese drehzahl regelung die habe ich mir auf den geber governor gelegt das ist dieser schalter hier oben mal eben hoch schwenken der schalter habt ihr schon mal gesehen auf diesen schalter habe ich mir das gelegt und hier kann ich umschalten zwischen normalem reggae modus und horizontal stabilisierung die schalter position die jetzt aktuell ist seht ihr ja am pfeil rechts das ist der reggae modus der ist mit null prozent angegeben denn null prozent bedeuten reggae modus und hier seht ihr die 80 prozent horizontal stabilisierung und hier seht ihr die 90 prozent horizontal stabilisierung und jetzt zack ist das nicht wieder aus einfach eine ganz einfache sache ich habe also noch mal den reggae modus und habe zwei horizontal modus mit zwei verschiedenen gehen werden wollen wir mal so sagen ich könnte mir natürlich auch gleiche gehen werte einstellen das kann man machen wie man will okay so weit so gut man könnte auch einen anderen schalter nehmen ein zweipoligen schalter ich habe halt diesen schalter genommen weil man ihn unwahrscheinlich bequem wenn man fliegt kann ihn unwahrscheinlich bequem erreichen und zack man kann ihn schnell hin und her schalten und schnell umschalten er ist also bequem erreichbar also dieser schalter ist mein schalter für horizontal und für reggae modus ja so weit so gut und das funktioniert auch wunderbar und jetzt wird die ganze sache etwas komplizierter so und die sache jetzt mit dem rettungs modus kann man bei der dx 8 nur über mischer über mischer lösen es gibt sicherlich verschiedene andere methoden und verschiedene andere möglichkeiten der lösung ich zeige euch halt meine lösung mal als erstes brauchen wir mal irgendwie einen mischer die man schalten kann aber es gibt halt in der dx 8 keinen mischer die man schalten kann somit brauche ich irgendwie eine möglichkeit dass irgendetwas reagiert wenn ich diesen taster drücke okay also habe ich mich dafür entschieden den kanal 8 als hilfskanal zu benutzen das zeige ich euch mal eben da schreibe ich den sender mal aus und zeige euch mal was ich da gemacht habe ich gehe jetzt in die systemeinstellung rein und zwar gehe ich in die schalter auswahl rein und wie ihr da seht habe ich den trainer schalter auf den kanal 8 gelegt also trainer schalter liegt auf kanal 8 so das ist schon geschehen habe ich ja schon gemacht ich gehe mal wieder raus und wir schauen uns mal an was es für eine auswirkung hat so jetzt kann ich nämlich was schalten ich kann also kanal 8 mit dem trainer schalter schalten ihr seht es unten beachtet unten kanal 8 ich hoffe ihr könnt das sehen ich drücke den schalter der fall geht rüber ich lasse den schalter los der fall geht zurück ich drücke den fall schalter geht rüber der fall geht wieder nach rechts so weit so gut ja ich habe jetzt also einen kanal den ich schalten kann zwischen zwei extremwerten jetzt gehe ich mal zurück und jetzt kommt das eigentlich komplizierte einer ganzen geschichte denn jetzt kommt ein mischer zum einsatz und da muss ich mal gucken ich muss leider über den kameramonitor arbeiten das ist ein bisschen das ding so wir sind in den mischern drin wir brauchen den zyklischen gas mischer nicht wir brauchen den taumelscheiben mischer nicht wir brauchen den mischer 1 so den mischer 1 den aktiviere ich jetzt mal da habe ich auch schon alles eingestellt so was ist am mischer 1 jetzt einzustellen der kanal k8 ist in diesem fall der geberkanal also die quelle des mischers und der governor kanal das ist der kanal 7 das ist das ziel des mischers also der kanal 8 wird auf den governor kanal gemischt was eben der kanal 7 ist der ist halt umbenannt worden der kanal 7 heißt jetzt governor weil ich den governor mode aktiviert habe so dann habe ich die raten eingestellt das ist wichtig diese erste rate bleibt bei null diese zweite rate wird auf minus 100 gesetzt und die mitte wird verschoben auf plus 100 dann habe ich die flugmodi aktiviert in denen das alles stattfinden soll ich will den flugmodus normal drin haben ich will das im flugmodus 1 machen kann können ich will das im flugmodus 2 machen können und ich habe auch den holt modus aktiviert also autorotation was eigentlich keinen sinn macht denn da ist der heli am boden habe ich trotzdem aktiviert so und in diesen 1234 flugmodi arbeitet jetzt der mischer und da ich kanal 8 schalten kann ist das sozusagen eine schaltfunktion jetzt könnt ihr auch sehen wenn ihr links rüber schult da gibt es nämlich eine servo anzeige wenn ich jetzt oben den trainer taster drücke dann wandert der governor kanal ganz rüber und befindet sich auch im minus bereich über minus 100 im rettungsmodus und schalte ich jetzt in die horizontal stabilisierung auch da klappt es dort wandert die governor anzeige ganz links rüber in den rettungsmodus und gehe ich auf die horizontal stabilisierung ein etwas höheres gehen auch da ist das display ist mal aus auch da geht der governor kanal was ja der kanal 7 ist ganz rüber in den rettungsmodus ja liebe leute so kann man es machen wie ich es gemacht habe so muss man es natürlich nicht machen das ist halt meine lösung zu diesem thema wie programmiere ich die flugmodi und den rettungsmodus mit der dx8 ich habe ja schon gesagt sicherlich gibt es andere lösungen die sind sicherlich weder besser noch schlechter wie meine ja das war es erstmal ich hoffe ihr seid ein bisschen schlauer geworden und wenn euch dieses wie dieses fit gefallen hat dann daumen hoch abonniert mich und hinterlasst einen kommentar bei bei aus dem heli hauptquartier aus tespe langsam zum nächsten schon an ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020